Mario Golf, Mario Party und Pokémon Art Academy Oh, Art Academy ist auch cool. Ja, ich will Pokémon Art Academy haben, irgendwie. Aber auch Zelda. Zelda ist eigentlich ganz cool, aber Art Academy sind eigentlich nur diese Vorlagen immer. Kann man sich irgendwann auch einfach so angucken. Das ist aber ein Malprogramm. Ah, das wäre eigentlich ganz cool. Menthol! An sich Art Academy oder Zelda sind die besten von den einen. Ja, oder Golf. Ja, Monster Hunter haben wir schon. Ja, Monster Hunter ist auch übelst Kack auf den 3DS. Ich hab das mal bei meiner Schwester. Ich hab die Demo schon gespielt. Boah, du kannst die Kamera ja nicht drehen. Ja, ich weiß, das ist krampfhaft. Ja wirklich, das ist das einzige, was mich stört. Sonst ist irgendwie ein Süd. Ja, du musst, glaube ich, auf den Bildschirm fassen oder was? Dafür? Das ist schlecht. Ja, ne, du musst den Gegner anvisieren. Ja? Ja, da musst du die Anvisierfunktion nutzen. Wir haben das ja auf der Video nie gemacht. immer Freestyle, so Kamera drehen und so. Und wo ist denn der jetzt? Ach stimmt. Ich wusste doch nicht mal, wie man den anvisiert. Irgendwie L oder so. Da war da so ein fettes rotes Kreuz auf dem und so. Aber wir haben ja immer Freestyle gemacht. Aber wenn er weg ist, erstmal suchen. Äh, wir haben immer Freestyle gemacht. Ach, da hinten. Wie lange auch immer so, was die dauert hat? 50 Minuten oder? Oh ja, aber ich weiß noch nicht. Und der Dimmenjo? Ja, dafür haben wir Tage gebraucht. Ja, oder zwei Tage oder so. Dann haben wir ja so, offensichtlich noch so, wir könnten das ja nicht bei jedem Boss machen. Und dann, jetzt brauchen wir mal jeder eine Rüstung. Und ich will natürlich erst den Mondlichtnager Kuga haben. Den größten Motherfucker von allen. Ja, die Hülle von dem ist kacke. Und dann den Tiefseelagierkurs. Was? Die Hülle von dem war kacke, ist so gering. Oh ja. Aber der Tiefseelagierkurs war irgendwie ganz geil. Der war übelst cool. Der war übelst tausendmal gemacht. Ach der, ja. Weil ich auch die, ich wollte das Schwert haben. Ja, und ich wollte die Gewerlanzer haben. Ja, ich hab das Schwert und, äh, die Rüstung von dem. Ja, wir werden ja beide alles. Ja, und dann kam Ghost wieder von seiner Montage nach. Oh, was? Was ist getan? Ich bin schon mal wieder unter. Ja, was ist denn bei euch so passiert? Ach, komm erst mal rein. Ghost und seine Aknektorrüstung plus. Wir haben eine G-Rüstung. Ah, ihr stimmt ja. Ja, wir waren aber übelst stark. Ach so, ich versuch die Mitte mal. Ja. Haben wir da nicht so dieses, äh, Badass-Fiel gemacht? Dieses, äh, am Ende dieses Pony? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Was für ein Pony? Dieses Lenny-Fiel, was so, äh, alle möglichen Elemente drauf hatte. Mit so'n Horn. So'n lilanes Pony in so'n Vulkan. Ach, Pony. Das war, äh, irgendwann mit A. Weiß nicht mehr. Ah, da kam ja Ghost wieder. Den haben wir schon immer. Alatrion? Ne. Alatrion, ja. Ich glaube, keine Ahnung. Ah, die haben wir immer gemacht, das weiß ich. Äh, der war übelst scheiße. Ne, wir haben nicht, glaube ich, so was für Australia macht, aber übelst knapp. Ja, gerade so. Aber nur auf Plus. Ja, nur auf Plus. Ey, G war ja, das kam ja später und seitdem haben wir ja nicht mehr gespielt. Aber wir haben übelst oft, äh, Jen Mowen und sowas gemacht. Äh, der cool war. Und dieses lila und so'n Scheiß. Und der Miralis. Und der Miralis. Der war sowieso das Geilste. Kennst du noch den... Wie hieß er nochmal? Dieser große Dicke da? Jen Mowen? Dieser mit dem, äh, Boot? Ja, genau. Einen Sand? Ja, das war der Jen Mowen. Dieser lila Typ, ja. Wo ich seitdem immer seine Steine da bekommen hab. Und seine Höhlensteine und so'n Scheiß. Oh, ich hab schon wieder einen. Oh, noch einen. Du suchst einen. Oh, noch einen. Das war am Anfang bei mir aber auch besser. Oh, Rathalos. Rubinen, Platte. Ah ja, Platte, Platte, Platte. Ich hatte drei Rubinen oder so. Fünf Platten. Ihr wolltet die... äh, ne. Ghost sagt uns davor, die sind irgendwie trauer. Nee, nee, ich hab erst so gesagt das zu dir so. Ah. Ah, nee, du so. Ah. Na. Oh, ne Platte. Was sind die denn nicht selten? Keine Ahnung. Oh, ne Platte, ne Platte. Erstmal googlen. Hahaha. Einzige, warte, was weiß ich, wie viel? Wie viel ist das cool eigentlich? Vor allem ich hab's auch noch gefunden, als er gefressen hat. Ah ja. Da leuchtet ihr, was? Hahaha. Ja, das aber immer wieder. Oh. Oh, ich bin Support. Ich glaub Burg hat den Sieg seines Teams vorausgesagt. Ja, jetzt lag auch. Hat man ja gemerkt, ja. Ich freu mich noch, Supersmash. Mit cool. Und so scheiße sieht das aber auch eigentlich gar nicht aus. Wie ich ja gesagt hab ne. Gehst du Mitte? Ich geh bitte, ja. Hab mich selbst dafür entschieden. Halt Videos, wenn man die auf YouTube guckt, dann sind die immer übelst hässlich und verpixelt und so. Mhm. Aber wenn man das selbst auf dem 3DS spielt, dann geht das eigentlich übelst klarer. Ja, das geht eigentlich übelst klarer. Man kann sogar bei Supersmash die Konturen ausschalten. Diese schwarzen. Ja, das weiß ich nicht. Dann finde ich auch besser. Und aus. Ich glaube, bei 3DS würde ich das Lobby auf dünn machen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Auf dick sieht es eigentlich ein Judas. Ja, der Comics. Ja, der Ball ins. Ja. Mhm. Toll wie er gewordert hat. Achso, er setzt der Lobby nur. Der Kampf beginnt. Bounty Rune kriegt Rubik nicht. Ich hab die Bounty Rune. Hast du 50 Erfahrungen oder so jetzt? Oder 36? Ja. 50. Irgendwie echt level uphängig oder so. Ich gehe anscheinend unten mit. Mit Morfling. Morfling gut. Wenn er gut ist, dann ist er gut. Wir haben Spurtburger hier unten. Missing Middle. Das Gegnerteam ist schon wieder übel scheiße. Einfach nur. Oh, ein Clockwork. Ich glaube, das Schwert hat eine größere Abklingseite. Welches Schwert? Mein Wasserschwert. Ich versuchte dich. Ja, meine Kraft wird erhöht. Der Go-Ringer geht mir so auf die Nerven, ja. 12 Sekunden auf Stufe 1. Ich verstehe nie, wie du den nicht mögen kannst. Ein Kunker? Ich weiß es nicht, der ist einfach nicht für mich. Der ist ja nicht übelst stark. Und seine 2 ist übelst einfach powered eigentlich von Anfang. Darum Mike mich auch für die Mitte entschieden. Weil einer da ist. Und ich den übelst summilieren kann. Ich werde viele von ihnen behalten. Riech dich durch. Meine Säle füllen. Blut in der Wasser. Alle Säle. Das sind gerade Zerstörer. Boah, übelst nicht cool. Batamahachis! 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 Das ist mein Lieblingsspruch von dem. Wir sehen immer, wofür der steht. Oder ob der bei nur mit nem kommt oder so. Batamahachis! Die Ruhnen könnten wieder da sein. Ach stimmt. Ja, bauen die Ruhne genau unten. Genau oben. Nur, dass er die nicht kriegt. Ha! Regeneration! Woher ich mir die Bounty Ruhne? Na ja, mach schnell! Klopp, wo wir hingehen. Jetzt nicht mehr. Musst du nicht gleich so schreien. Tut mir leid. Das ist immer so dramatisch immer. Das macht mir so alle will ab. Jetzt habe ich 55 Gold gekriegt. Und 55 Erfahrung anscheinend. Ich kriege übelst gut Farmen einfach nur. Gut. Jetzt cool. Erst Blatt. Ah, das ist gut. Erst Blatt. Und wo ist ein Baum genau. Er versucht mich mit seinem komischen Aufdecker zu töten. Das ist ja übelst lame von dem. Das ist auch schon mal versucht. Ja, mach ich auch mal. Das ist nicht mehr. Dann musst du in letzter Zeit mal den ganz. Ich krieg den immer per Zufall. Stimmt. Natürlich. Alter, ist doch ganz langsam, obwohl er schnell eingemacht wurde. Bestimmt, ich bin ja eigentlich der Upgrade-Mann-Mann. Bestimmt. Kannst du den kaufen, Henni? Äh, nein, noch nicht. Jetzt habe ich ihn gekauft. Nicht so lange warten wir auf meine Items. Komm zum Lutschen. Was? Komm zum Lutschen. Was? Lutsch. Komm zum Lutschen. Komm zum Lutschen. Was ihr angehört. Hi. Missing Middle. Na, zurück. Stimmt, war ja schon 4 Minuten. Muss ich mal nach oben gehen, wa? Und die Rune absnacken. Wenn es denn um ist. Ja, der ist ja um. Ja, der ist noch um. Ja, der ist noch mord. Oh, der wird ab. Ich könnte ja töten mal mit meinem Boot, Alter. Ja. Er hat mich eingesperrt, Mann. Ich habe ihn getötet. Oh, läuft doch. Ja, wenn er mich sieht, dann sieht er das Boot auch nicht. Und hört keinen Sound davon. Haha, okay. Und der hat irgendwann geschrieben auf Agnardtisch. 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 Ah, da sind 6 Minuten angegentlich, aber nach oben und snackt die Rune ab. Wie wird es cool, wenn man weiß, wann die kommen. Ja. Ich glaube, beim anderen war das random. Wiss ich auch nicht. Bitte Unsichtbarkeit, dann kann ich nach oben ganken, Alter. Ja. Bounty, geht auch klar. Gank geht auch nicht. Hallo, ich ganker. Gank ich da mal. Hahaha. Das ist eine Runde der Regeneration. Da renne ich gerade hin. Tötet die, bevor ich komme. Das war ja richtig gut von mir. Wieso? Das war jetzt scheiße. Megascheiße. Du Megascheiße? Ja, du Megascheiße. Ja, du Megascheiße. Das Birdbreaker kommt zu euch. Echt? Ja. Der kommt zu mir. Einer wird angewasht. Ja, das bin ich. Oder auch nicht. Ich bin tot. Er hat war noch nicht. Er ist Level 5. Er ist schneller als ich. Das nützt ihm nichts. Ah, ich lebe noch. Außer jetzt macht Dingensen dieses Aufdecken. Nicht tot. Nee, darum ist ich noch ein Baum. Während ich noch zurücklaufe. Jetzt habe ich Hasenboots. Ich kann mich nicht mehr töten. Ich habe den Healingboot. Dein Top-Tower ist unter Attacken. Ah ja, der hat Aufdecken zu uns gemacht. Ich verändere Attacken. By your compass. All Kab Всё. Pour your sales for good. I can't trust you. De, 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 de. Sure. By your compass. I... I I changed tax. Oh, natürlich Kacke von mir. Umfällt der Turm. In der Mitte wird da nur angegriffen. Das ist nicht so schlimm. Umfällt nicht der Turm. Ich kann nichts machen, leider. Kacke. Ich muss mal eine Portingscroll kaufen, für nächstes Mal. Oh, mein Ulti hat 145 Sekunden abklingzeit. Oh, komm, 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 komm. Ich gehe wieder zurück in die Mitte. Ich habe mir zu oft angegriffen, meiner Meinung nach. In der Mitte? Oh, jetzt gehe ich hier nach oben. Ich gehe mal nach unten. Ich gehe mal nach unten. Oh, wer ist denn das hier? Hallo. Oh, Maki. Wunderbar, ich bin von dir. Ich denke, wir warten irgendwie. Wieder cooler machen. War nicht cool. Die ist bei mir. Ah, nicht schon wieder. Warum hast du dein Boot nicht? Ah, sie hat mir jetzt um mich getötet. Doch, das Boot hätte ich nie übelst vernichtet. Na, wenn sie truppen wäre, da wäre Jens halt die Rand. Ich gehe weg. Ich bin gebrannt. Warte. Ah, kacke. Da wird mein Ulti einfach vernichtet. Für nichts. Ich glaube, ich bin ein ZDG-Gun. Ich habe sie gewaschen, Mann! Mann, warum habe ich einfach nie Mana Regeneration? Das kostet übelst an. An, 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 an. Spiel als ein Nazi! Ich habe sie nicht geworfen. Ich habe sie nicht geworfen. Ich habe sie nicht geworfen. Ich bin so ein guter Wascher, ich habe den noch nie verkackt. Jetzt hab ich verkackt. Ist ja erwartet. Musst du wissen, wo man hinlufen will. Dann kann ich den übelst gut einschätzen. Ja, ja, ist doch gut! Ha, 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 ha! Ich habe jetzt auch wieder so einen Ruf halten. Jetzt kann ich den ganzen Scheißweg zurück. Oh, Betafree. Das hatte ich schon mal. Wir haben jetzt einen Shadowblade, Alter. Ey, jetzt ab hier. Ich würde nur noch hier waschen. Hm, ha, ha, ha. Oh, oh. In der Mitte muss man bald hinein, ey. Das ist ja die 30 plus Angriffstempo. Mit viel. Tschüss, der Ranger. Oh, fuck. Ich habe kein Mana, kein Mana. Einmal verkackt. Kein Mana. Puller der Rollenz hin. Hm. Ach, das war klar. Jeder geht. Ja. Okay, die Idee. Er wird. Wir wollten eigentlich waschen, aber... Ich habe es einmal schon verschissen. Dann würde ich nie wieder waschen. Er macht definitiv gleich gleich. Definitiv gleich gleich. Ja, definitiv gleich. Ja, mein Mann, der Boot ist bereit. Und meine Eins auch. Aber mein Ulti nicht. Noch lange nicht. Ah, deine Bälle. Ja. Oh, ich wurde gecrittet. Sehr geil. Ich wollte eigentlich mein Boot machen, aber anscheinend nicht nötig gewesen. Ich ist der Killer. Killer. Ich gehe nach oben, weil ich ein Killer bin. Und warte aber erst mal 10 Sekunden, weil die Rune gleich kommt. Ne, jetzt warte ich. Da schweiß ich auf den Turm. Komm schon. Nur der Spacken. Eigentlich. Johoho. Ich habe waschen schon wieder verschossen. Fack. Der ist verarscht. Der ist verarscht. Der ist verarscht. Er denkt ja jetzt Segen nicht mehr, oder was? Nur weil er einen Gang an das Gang ist. Doppelkill. Natürlich. Doppelkill? Na, ist gut. Na, schon wieder so ein gutes Match. Johoho. Verteil dir unten. Gleich. Hat uns nichts anderes Teams vorher gesagt. Äh. Hab jetzt schon Doppel. Hi. Klingt der gar. Wozu? Boah, ich bin hier so übelst alleine. Ne, hier, 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 ich weg. Shadowblade. Fair enough. Nicht so cool in der Mitte saß. Ich habe einen Doppelkill. Okay, doch cool in der Mitte saß. Ich bin nicht schon wieder hier. Lass mal warten auf die Runen. Das war anders. All nur Bounty Runen und schon wieder Level. Na, ist Level 13. Ich bin schon Level 20. Erstmal mal gucken. So 10. Na, hier ist die Doppel. Na, hier ist die Doppel. So, 3 Gold. 1, 2, 1. Ah, ihr scheiß Mana-Schild. Äh, Mana-Schild ist weg. Äh, äh. Ja, geil, wenn die Leiche noch zum Kreuzjangen wäre. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh. Äh, äh. 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 Oder auch nicht. Er ist leider auch tot. Außer... Nein, nein, nein. Nein, das schafft er nicht. NAH! Eeeeh. Woher weg? Du bist scheiße! Seid dein Ernst? Alle beiden haben einen Millimeter. Was hier? Bitte fühl der Black King, Mann. Bitte fühl. Oh, weil mein erster Tod war. Ich hab 5-1. Ja. Gut zu wissen. Obwohl ich nur kacke hab. Jetzt gehen wir nach unten. Ich sehe gerade keinen... Na ja, oben ist auch gerade kacke. Kann ich nur wieder gleich nennen. Aber... Eeeeh! Find halt nichts kacke, weil er so langsam angreift. Oh ja! Soll ich mal mitangreifen können? Ne, also keine Nahkopf-Creeps mehr. Na und? Ich hab... Ne ohne, hab nur Mechandusen. Das sehe ich ja nie. Ne! Wenn die Hell kommen, werden sie Sturm. Ja stimmt, mach mal, mach mal! Oh, ich bin gesilenced. Oh, ich bin gesilenced. Ja, ich bin gesilend. Ich bin gesilend. Fuck. Der trifft ihn nicht. Doch. Ich bin gesilend. Ich bin gesilend. Denn Shadow Blade hat sehr süß. Na, schneller laufen und so. Der hat sogar den Phasenbrot aktiviert. Hat ne Wind hier abklingt, halt. Das müsste er da zu nehmen. Ja, das wäre geil gewesen. Ich hab nur drei Items. Alle sind tot, außer Klopfe. Wie glaubt ihr, sollten wir den Turm da angreifen? Und den da unten. Hm, 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 hm. Warum so? Top ist im Arsch. Ah, war aber auch klar. Und noch. Gut, dass ich meinen Schutz auch auf Gebäude machen kann. Der Turm kann ein Schild haben. Das war der Failboot. Mann, gut Killsteal. Ja, ich weiß nicht. Das war der Failboot. Relax, relax. Oh, fuck. Hallo, Clockwork. Ich hab dir nichts gebracht, wa? Ich bin doch mal eingesteint. Bisschen mehr. Ah, leg mich doch mal. Arsch, Arsch. Leg mich. Achst du da vorne? Klack, klack. Oh, komm, wir sind so schwach dagegen auf dem Fernkampf-Ding. Ich hab jetzt mir irgendwas mitfällt. 906 Gold. Hey da. Ah, der hat sich geschafft zu entkommen. Der hat noch einen Zentimeter Leben oder so. So, wie gesagt. Was hab ich gerade beleidigt? Hä? Hä? Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Ich weiß nicht, ob der mich gerichtet war, weil ich gerade gegen ihn gekämpft habe. Ah, noch eine Bounty-Rune. Das ist, glaube ich, meine vierte oder fünfte Bounty-Rune, ey. Das bedeutet nur zwei. Aber lecker. Oh, Unsichtbarkeit. Oh, muss ich Shadow Blade aktivieren und Unsichtbarkeit einsammeln. Ich weiß, ich weiß, ich will die ja nehmen. Ich werde die Kämfasenboot verwenden. Fuck, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Kacke. Abwennigen den Turm, bitte. Schaffen sie nicht. Was vom Auflegen geht jetzt? Ich bin tot. Was er nicht macht. Hat jeden Fall einen Creep bekommen, ey. Er fühlt sich immer übelst... ...deil an. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Du bist so schade. Ich wollte nicht mehr so viel. War so klar, einfach nur. Was er dich will? Bei deinem Kompass. Oh, du hast einen Ultimankern. Sein 2, sein 1. Kacke, wie er tot gewesen ist. Ich verabschiede. Ich bin jetzt eigentlich auch oben. Mein Boot ist bereit. Mach zum Turm. Der ist ja nicht da. Oder da kommt ja gleich einer. Geh doch einfach hin. Ja, nein. Ja, nur wisch. Denkst du, ich geh öffnen? Die anderen machen's. Und du auch. Trottel. Na, wenn er grad keiner ist. Ja, ich weiß. Deswegen sollte ich auch hingehen. Ich schnitt da so die Hälfte im Jungle. Irgendwas passiert gleich. Irgendwas passiert gleich. Es passiert nichts. Das ist das Skill-Immune-Sinn. Was? Da geht das immer wieder in der Segel drauf. Quickly. Oh, jetzt habe ich Battle Royale. Dann brauche ich nur Dailyless. Wenn ich einen Crit kriege, sind alle tot. Oh, ja. Nee. Hier war Black Medusa. Na, nicht hingehen. Ich will das Boot zur Überraschung machen. Mach doch. Du bist beim Turm. Äh, der Turm ist weg. Ja, ja. Aber schon immer. Der muss sich einkesseln. Dat war gut. Fuck. Ich bin kaputt. Du hast die HP. Ich bin tot. Ja, wegen Swordbreaker. Der hat mich auch gemacht. Der konnte nichts machen. Nee, eigentlich war es Clockwork. Weil er mich in die Versicherheit im Z. Die Phantom Assassin ist übel schlecht. Ich glaube, die reibt nicht, dass man mit ihrer Zweier dran springen und schneller angreifen kann. Genau. Die macht ja auch nichts. Run. Der Moffling ist tot. Auch wenn er sich endlich versucht, mit Leben zu retten. Der schafft es. Ah, der hat fast 3.000 Leben. Hat eine Lebensregeneration von 10, Mann. Ah. Ich habe genau 100 Schaden. Die ist tot. Nein. Die aktiviert er immer und dann läuft es immer weiter. Wie wird es für scheiße? Er muss sein Ulti machen. Du musst sein Ulti machen. Alle müssen dich einfach mal verfolgen mit Agamem Scepter. Dann. Dann. Ja, ich bin hier oben. Wie soll ich hier runterkommen? Hier ist ein Weg zu den Creeps. Hallo, Clockwork. Das ist Clockwork gewesen. Ist das ein Ulti? Ja. Das wollte ich da nicht hinkennen. Sonst habe ich Angst. Er ist ein Radis auch. Andy, der perfekte Charakter für dich. Hallo. Daneben gewaschen. Oh, ich bin es gut. Oh, der hat mich nach oben gekickt. Das war aber Clockwork schuld. Mana. Wie viel dazu? Oh, fuck. Also. Nein. 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 Entgegenwirken. Warte, macht die Arme gestorben. Ja, doch. Was? Was? Was macht was? Machen wir nochmal. Ich sterbe hier. Was? Achso. Oh, nee. Na doch. Erstmal auch nicht oben hin. Ein Set drücken. Nein, noch das hier. Oh, alle Baffen. Ja. Ich habe gerade 400 Mana durch den Krieg bekommen. Ja. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Weil er gegen Warfling gekommen ist. Ich muss noch einmal angreifen. Ich muss noch einmal angreifen. Nein, das ist schon ein bisschen. Ich muss noch einmal angreifen. Nein, das ist schon ein bisschen. Nein, das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen. Äh. Das ist ja ebenso. und die können den Baum nicht sehen, der, glaube ich, in Schauntes ist. Das ist ja der Uelz, geil. Wenn du ein Ulti hast und selbst in der Basis stehst, aktivieren sich die Bäume und vibrieren so. Geil. Auf der ganzen Map. Ach, der Uelzhammer. Wenn das wirklich stimmt. Ich habe extra noch ein Video angeguckt. Oh, das neueste Update. Was ist neu? Ich will nicht alles reinbringen. Ah, das Wichtigste. Es gibt einfach so unglaublich viele Heroes, die jetzt einfach mit der Garn im Scepter agieren. Ich auch. Das ist schon normal. Oh, ich habe wieder ein Crit-Ding. Ja, genau. Oh, wir übelst ja fast einen perfekten Strich. Oh, fast ja. Und der hat mit einer Maus, Mann. Scheiße auf der Tablet. Nee, nicht da nicht mehr. Da sind alle, Mann. Gehen wir nochmal in der Mitte, aber dann machen wir um. Clockwork muss nochmal hier die Aktion starten. Oh, oh. Mach deinen Ulti bloß. Oh, ja. Oh, geil. Und dennoch er noch. Mua. 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 Er geht wieder zurück. Und zu Droranger. Droranger ist dort. Jetzt. Geil. Nee. Nie wieder den Ulti. Fuuuck. Nee, nee. Clockwork. Nee, nee. Dann du halt. Dum, dum, dum. Oder auch nicht. Dum, dum, dum. Alle sind tot. Cool. Mach mal. Mach mal. Den Turm da. Den Turm da. Mach mal das dir. Nenn den auch. Nenn den Turm da. Ja, wir wollen. Wie wird sie wollen? Zweimal. Ah, wie wird sie gut. Kann nicht mehr verlieren. Hehehe. Aber vielleicht bin ich so ein Standard-Punker, der immer Lastet von... Ne, Entend macht er mit meinem Ulti gleich so... Hehehe. Ich bin noch ein Kack-Kunker. Geil. Hehehe. Oh, 9-3. Oh, 9-8. Ja. Ja, gleich das ganze Set gleich. Hehehe. 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 Ah, Kunkka geschafft! Ah, Phoenix! Ah, Morflinger, ich zwar nicht gesehen, aber der kriegt mal ganz viel von mir. Jetzt muss ich mir kurz Baum durchlesen, nachdem ich guck, ob ich nachhabe. Oh, nein, Schaunt, das habe ich Bristleback, man! Bristleback ist geil! Ich hab... Silencer, ja! Wir haben erst neun Heroes geschafft! Oh, was? Oh, das war schon so unglaublich lange! Ja, ich weiß! Bin ich mit Baum... Ach stimmt, ich bin mit Baum in der Stärke!